Ich bin ja hobbymäßig auch Eheberater, also man kann mich auch für viele andere Dinge buchen, für Sport, Fitnesscoach und ich kann euch einen Tipp geben, ich habe in meiner Karriere, die jetzt schon 5 Minuten geht, habe ich schon viele Geschichten mitbekommen und die beste Entscheidung, gar nicht erst vor einer Scheidung zu stehen, ist gar nicht erst zu heiraten, ne? Damit macht ihr eigentlich alles richtig, weil dann müsst ihr euch nie mit der Scheidung beschäftigen oder nie damit, wenn was passiert, wenn man mal einen Föhn im Wasser fallen lässt und ein Frauschen macht gerade die Haare, ne? Erst den Kindern gleich sagen, dann darf keiner von uns hinterher als der Bösewicht dastehen. Wir müssen ihnen klar machen, dass wir sie nach wie vor leben, nur wir uns eben nicht mehr. Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde zu den Kindern reingehen, eure Mutter ist richtig scheiße. Die hat mir gerade gesagt, dass sie sich von mir trennen will und dass sie keinen Bock mehr auf euch hat. Das ist nicht meine Schuld. Sie wollte das. Sie möchte, dass wir jetzt getrennte Wege gehen. Also ihr habt ab heute keinen Papa mehr. Irgendeiner muss ja die Schuld tragen, ne? Und das würdest du schon durchhalten. Du hast recht. Aber hey, das ist okay. Ich werde ihnen das alles sagen und wenn sie dann sauer sind, sind sie nur auf mich. Sie können ja nicht für immer wütend sein. Oh, wow. Davis, das ist sehr erwachsen von dir. Naja, sie macht... Seine zu erwachsen, weil wenn du jetzt wieder im Gespräch zu erwachsen wirst, kann das passieren, dass die Scheidung doch nie eingereicht wird. Also, bissl bremsen. Bissl, bissl bremsen hier, ne? Wir wollen ja immer noch, dass die Scheidung durchgeht. Also, ich will, also, so, bin ich der Einzige? Also, ich dachte so, ne, okay, gut. Naja, hab ich mich vertan. Ne, natürlich wollen wir, dass sie zusammenbleiben und so, das ist wichtig. Nicht doch schon immer mehr als mich. Kinder, legt mal bitte kurz euer Spielzeug weg. Euer Vater und ich, euer... Pass mal auf, liebe Kinder. Wir haben sehr viel zusammen, sehr viel zusammen erlebt. Ihr seid mir auch in der kurzen Zeit fast ans Herz gewachsen. Und ihr seid für mich so wichtig wie die Erdanziehung. Aber, ähm, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen. Und, ja, die beste Entscheidung ist, eure Mutter will, dass ich gehe. Eure Mutter will, dass ich hier nie wieder hinkomme. Eure Mutter will, dass ich euch nie wieder sehe. Eure Mutti will, dass ich heute mich noch verpisse. Dass sie mit ihrem neuen Stecher hier einziehen kann, der eh Alkoholiker ist. Und der mit euch eh nix unternehmen wird. Euer Kindergeld wird gestrichen. Ihr habt nix mehr zum Leben. Ihr kriegt nix mehr zu Weihnachten. Und das ist alles die Schuld der Mutter. Das ist alles die Schuld der Mutter. Ich hoffe trotzdem, ihr, ähm, könnt das verstehen. Aber manchmal müssen sich erwachsene Menschen einfach trennen. Das ist die beste Entscheidung für euch. Ja, und für eure Mutter. Der Vater und ich, wir müssen euch etwas sagen. Wisst ihr, eure Mutter und ich lieben euch so sehr. So, so sehr. Ja, gut. Ihr seid einfach die besten Kinder, die man sich wünschen kann. Ja, gut, okay. Ja, natürlich. Also, ich halt so Eheberater. Klar, man kann seine Kinder anlügen. Aber ihr müsst auch manchmal so, so, so. Gerade wenn ihr, wenn das Kind mit einer 5 nach Hause kommt. Oder mit einer 2. Klar, ist schön, eine 2 ist gut. Aber es hätte ja auch eine 1 werden können. Und eine 1 ist halt besser als eine 2. Ne, also beim nächsten Mal bitte anstrengen. Und dann können wir darüber reden, ob du wirklich das beste Kind auf der Welt bist. Ne, aber du bist halt nur gut. Bin ich sehr gut. Ne. Und deshalb. Ne, ich mag auch die Höhe. Ich höre ich euer Taschengeld um ganze 5 Euro. Ja. Endlich. Danke. Papa, ich schmorg den. Du bist der beste Papa der Welt. Davis, was soll denn bitte der Mist? Kinder, ihr bekommt kein Taschengeld mehr. Euer Vater und ich, wir lassen uns scheiden. Was? Böse Mutter. Nein, Mama, wieso? Warum tust du uns das an? Du Monster. Ne, finde ich auch frech. Einfach nur. Ich finde es einfach nur frech, was sich hier Frauschen eingebildet hat. Also wirklich. Wirklich. Also der Vater, der wollte wenigstens nochmal eine Chance haben. Und er wollte wenigstens zeigen, ey, ich bin jetzt für meine Kinder da. Die Kinder kriegen 5 Euro Taschengeld. Natürlich mit Steuern. Die müssen natürlich auch noch gegengerechnet werden. Das sind bei mir keine 19%. Das sind bei mir schon 89%. Und ja, er hat so viele Vorschläge gehabt. Und die Mutter sagt, nee, die lassen sich scheiden. Also wäre ich der Junge jetzt von der Mutter hier. Ich würde meine Mutter hassen. Ich würde nur zum Vater halten. Nur noch zum Vater halten hier. Mit so einer willst du doch nicht zusammenleben. Die gibt dir kein Taschengeld. Die will sich mit jedem scheiden. Was ist denn, wenn ihr in der ersten Klasse seid? Nö. Ich scheide mich jetzt. Ihr müsst jetzt Klasse wiederholen. Tut mir leid. Nicht schön. Nicht schön. Ja. Das sind Monster. Das sind wirklich Monster. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt ein Soginal-Video an. Lasst Liebe da. Lasst Kommentare da. Lasst Wortschreiben da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.